Salzburger Handwerkspreis 2022 Mit diesem Preis werden jährlich herausragende Leistungen von Salzburger Gewerbe und Handwerksbetrieben ausgezeichnet. Dritter Platz, Projekt Fenstersanierung im ehemaligen Pfarrhof Salzburg-Hofen. Unsere Aufgabe bei diesem Projekt war die Ausstattung und Ausführung der Kastenfenster in Holz, wobei die Außenebene in bleiverglasen, mundgeblasenen Gläsern ausgeführt wurde und auf der Innenseite eine moderne Komponente mit zwei Scheiben Isolierglas, um den heutigen Anforderungen am Wärmeschutz auch gerecht zu werden. Im angebauten Turm wurden spezielle Fenster angefertigt, auf der Außenseite sind Faltläden, um den Raum optimal abtunkeln zu können. Die Tür wurde auch nach alten Vorbildern angefertigt, auf der Innenseite Brettcharakter, wie es früher gewesen ist, auf der Außenseite in Eichenholz mit dieser speziellen aufgesessenen Schalung. Salzburger Handwerkspreis präsentiert von der Wirtschaftskammer Salzburg.